Erst wurden die Leute getötet, die so geglaubt haben, dann später wurden die Leute getötet, die anders geglaubt haben. Es gibt keine Lösung, die widerspruchsfrei logisch ist oder nicht in der theologischen Katastrophe endet. Sertaj, ohne Ahnung vom Islam. Eins machen der Anbetung oder eins machen Allahs. Wir gucken nochmal, was hier steht. Die absolute Einheit Allahs, die Einheit Gottes, selbst in dem Artikel von Islam.de, wo ansonsten andere Fehler drinstehen. Aber das haben sie immerhin richtig. Auch hier nochmal, es heißt to be united und es geht darum, nicht, dass man eine Anbetung macht, nicht zu verschiedenen Götzen, sondern dass man Gott eins macht. Tauhid, auch Tauhid, Arabisch Tauhid, im Islam die Einheit Gottes, nicht die Einheit der Anbetung, die Einheit Gottes, in dem Sinne, dass er einer ist und es keinen Gott außer ihm gibt. Tauhid bezieht sich fern auch auf das Wesen dieses Gottes, dass er eine Einheit ist, nicht zusammengesetzt. Es bezieht sich auf das Nicht-Zusammengesetzt-Sein von Gott, nicht darum, dass man jetzt nicht verschiedene Götter anbetet. Das ist die Folge, dass man, wenn es nur einen Gott gibt, nicht einen anderen anbetet. Okay, das mag vielleicht sein, das hängt vielleicht irgendwo entfernt damit zusammen, aber es bezeichnet doch das Wesen Gottes, nicht das Wesen der Anbetung. Lieber Sertatsch, was erzählst du für einen Stuss, dass es um die Einheitlichkeit der Anbetung geht und nicht um die Einheitlichkeit Gottes? Dass er eine Einheit ist, nicht zusammengesetzt, nicht aus Teilen bestehend, sondern einfach und unzusammengesetzt. Übrigens, diese Worte, die sind so wichtig, die gucken wir uns dann nochmal an oder die sehen wir jetzt. Das ist aus der Enzyklopädie Britannica. Nicht aus Teilen bestehend, einfach, nicht zusammengesetzt. Die Lehre von der Einheit Gottes und die Fragen, die sie aufwirft, wie zum Beispiel die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Wesen und den Eigenschaften Gottes, ziehen sich durch den größten Teil der islamischen Geschichte. Was in diesem Satz steckt, das ahnt ihr gar nicht. Ja, da gibt es Fragen. Zum Beispiel, wie ist das mit den Eigenschaften? Und das zieht sich durch die islamische Geschichte, nämlich als eine Blutspur. Und deshalb landet der Moslem letztlich in der vierfachen Tauhid-Katastrophe. Eine Eigenschaften-Challenge. Sind Allahs Eigenschaften identisch mit ihm oder unterschieden von ihm? Zum Beispiel eins. Wir können mal die Hände angucken. Es gibt ja Hände. Das sind jetzt keine Eigenschaften in dem Sinn, aber das ist ein Teil, ein Körperteil, was im Koran beschrieben wird. Oh Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen Händen erschaffen habe? Verhältst du dich hochmütig oder gehörst du etwa zu dem Überheblichen? Jetzt kommen Muslime vielleicht und sagen, ja, hier ist ja halt einfach gemeint, dass Allah den geschaffen hat. Ja, nee. Laut Islam hat Allah alles geschaffen. Das, was Adam, um den es hier geht, ja gerade unterscheidet ist, dass Allah nicht wie alles andere geschaffen ist, sondern Adam ist mit Allahs Händen erschaffen. Deshalb soll er angebetet werden, weil Allah das mit seinen eigenen Händen gemacht hat. Alles andere hat er genauso geschaffen. Das ist gerade der Unterschied, dass es nicht normal erschaffen wurde, sondern mit Händen. Also hier geht es definitiv um Hände. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Oder auch Allahs Rede, der ewige Koran. Jetzt nicht im Sinne von das Buch, da sind wir uns einig, dass das ja nicht gemeint ist, sondern Allahs Rede, das, was der Inhalt sozusagen des Korans, der ewige Koran. Ja, jetzt kommen wir zur vierfachen Tauhid-Katastrophe. Also wir haben gesehen, dass es mit den Eigenschaften so schwierig wird. Jetzt gucken wir mal, wie schwierig. Entweder sind Allahs Eigenschaften identisch und Teile von ihm. Das heißt, es gibt Allah sozusagen und ein Teil davon sind Allahs Hände, ein Teil davon ist Allahs Rede, die aber nicht miteinander identisch sind, aber die zu Allah gehören. Und da hättest du, wie du schon an den Strichen siehst, hättest du eigentlich einen geteilten Allah, der Teile hat. Wir haben ja aber vorher gehört, dass Allah nicht zusammengesetzt ist. Unzusammengesetzt. Also das ist das, das wollen Muslime nicht. Das wollen Muslime nicht, dass Allah Hände hat, Allah ein Schienbein hat. Und das ist aber alles Teile, zwar identisch mit ihm, aber trotzdem Teile von ihm sind. Das wollen Muslime nicht. Das ist das, was absolut gesagt wird. Nein, so ist es nicht. Okay, gucken wir mal zweite Möglichkeit an. Allahs Eigenschaften sind identisch und keine Teile von ihm. Sondern sind einfach direkt identisch. Also Allah ist gleich Allahs Hände, ist gleich Allahs Rede, ist gleich Allahs Schienbein, ist gleich Allahs. Und dann kannst du alles da reinsetzen. Das wird ja schwierig. Und du kannst dann auch alles mögliche andere einsetzen. Allahs Ewigkeit ist gleich Allahs Hören, ist gleich Allahs. Das macht ja an sich überhaupt keinen Sinn. Dass jetzt die Hände und Rede und Allah selbst und die Ewigkeit und alles, dass es alles gleich ist, eine Übereinstimmung gibt, eine Identität gibt. Das ist ja Quatsch. Das geht ja gar nicht. Also das macht logisch überhaupt keinen Sinn. Das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit. Allahs Eigenschaften sind nicht identisch, aber ewig. Also das heißt, es gibt einen Allah. Es gibt Allahs Hände und es gibt Allahs Rede. Und die sind nicht miteinander identisch. Die sind unterschiedlich. Die sind nicht identisch. Aber sie existieren von jeher. Jetzt habe ich hier die Hände von Allah, die zum Beispiel Adam geschaffen haben. Das heißt, man hätte Allahs Hände als Schöpfer. Und man hätte Allah als Schöpfer, der ja den Rest geschaffen hat. Dann hätte man Allahs Rede, die er auch geschaffen hat. Also Allahs Rede hat ja auch geschaffen, sozusagen. Und jetzt hat man hier schon drei Schöpfer. Nur mit diesem Ding. Drei Schöpfer. Allahs Eigenschaften sind nicht identisch, aber ewig. Okay, das geht ja auch nicht. Jetzt haben wir schon drei Allahs hier. Drei Schöpfer, drei Götter, sozusagen. Ah, schwierig. Dann bleibt noch die letzte und vierte Möglichkeit. Allahs Eigenschaften sind nicht identisch und nicht ewig. Also ich habe Allah und irgendwann ist was nicht Identisches dazu gekommen, was aber auch nicht ewig ist. Das heißt, es ist in der Zeit irgendwann entstanden. Zum Beispiel Allahs Hände sind irgendwann in der Zeit dann entstanden. Vorher gab es die nicht. Die sind dann irgendwann gemacht worden. Oder Allahs Rede. Die ist dann auch irgendwann gemacht worden. Das kam dann irgendwann dazu. Das heißt, ich habe erst einen unvollständigen Allah. Oder einen stummen Allah, der keine Hände hat, der nichts machen kann. Der dann aber irgendwann im Laufe der Zeit kriegt er dann Hände und kann endlich was machen. Kann endlich zum Beispiel den Adam schaffen, was er vorher mit Händen nicht hätte machen können. Oder kann jetzt endlich reden, was er vorher nicht konnte. Das heißt, wir haben einen imperfekten Allah, der erst im Laufe der Zeit dann vervollständigt wird. Das geht natürlich auch nicht. Das Problem ist, irgendeinen dieser vier Tode muss Allah sterben. Das ist die Konsequenz des Tauhid. Entweder identisch und Teile von ihm oder identisch und keine Teile von ihm oder nicht identisch, aber ewig oder nicht identisch und nicht ewig. Und wenn ihr denkt, das ist Unsinn, weißt du was? Diese Frage zur Zeit Ibn Hanbalz war die Kontroverse über den Koran, jetzt speziell den Koran, die Rede Allahs. Dass der Kalifa Al-Mamun eine Inquisition einleitete. Die Muslime reden gerade, reden gerne über Inquisitionen im Christentum, gab es auch im Islam. Die unter anderem erklärte, dass diejenigen, die die Ansicht vertraten, der Koran sei unerschaffen, als Abtrünnige des Tauhid und als Götzendiener und Politeisten einzustufen seien. Zusammen mit anderen litt Ibn Hanbalz sehr darunter, weil er an diesem Glauben festhielt. Unter einem späteren Khalifa wurde der Koran als unerschaffen erklärt. Also erst gab es Leute, die gesagt haben, wenn ihr behauptet, der Koran ist nicht erschaffen, dann müsst ihr sterben. Also wenn ihr nicht glaubt, dass der Koran eine Schöpfung ist, dass die Rede Allahs später geschaffen wurde, das ist dieses hier. Dann auf einmal kam die Rede dazu. Erst wurden die Leute getötet, die so geglaubt haben. Dann später wurden die Leute getötet, die anders geglaubt haben. Die Position der Shia ist identisch mit der Mutazilla, der Mutazilliten, die nicht nur den präexistenten Status der göttlichen Rede, sondern auch aller göttlichen Attribute leugneten. Also sie haben gesagt, das ist präexistent, kann das gar nicht sein. Das muss dazugekommen sein, da sie der Ansicht waren, dass sie mit dem Wesen identisch sind. Entschuldigung, die haben den präexistenten Status, genau, geleugnet und haben gesagt, okay, sie sind mit dem Wesen identisch. Die Al-Al-Sunnah sind sich einig, also alle die Sunniten, dass der Koran die präexistente, ewig und unerschaffene Rede Allahs ist. Also schon immer existent, ewig und unerschaffen. Das heißt, erst mal hier sozusagen haben die Mutazilliten geglaubt, dass es nicht identisch ist und nicht ewig. Beziehungsweise, Entschuldigung, dass es identisch ist, aber nicht ewig. Also das heißt, das müsste man noch zusammenrutschen. Das ist noch eine fünfte Position, wenn man so will. Dass es identisch ist, eins, aber nicht ewig. Sehe ich das jetzt richtig? Moment. Dass sie mit dem Wesen identisch sind. Okay, da müsste man diese Kreise jetzt zusammenrutschen und die Striche verwischen, aber dass sie dann nach und nach dazugekommen sind. Eine fünfte Ansicht. Gibt es tatsächlich noch eine fünfte Ansicht. Und dann die Frage, die ich jetzt an den Zertatsch habe. Ist der Koran als Rede Allahs Allah oder ist der Koran von Allah unterschieden? Weil, so heißt es hier, wir bekennen, dass der Koran die Rede Allahs ist, unerschaffen. Nicht er und doch nicht anders als er. Ja, Moment. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Nicht er und doch nicht anders als er. Logischer Widerspruch. Und zwar in derselben Kategorie. Den Christen wird ein logischer Widerspruch vorgeworfen, obwohl da getrennte Kategorien sind. Also sozusagen eins im Wesen, drei in der Person. Aber hier geht es um dieselbe Kategorie. Nämlich wie Allah. Er ist nicht anders als er, aber doch nicht er. Ja, also nach dem Identitätsprinzip, was Zertatsch so schön hervorgebracht hat, er hat es nicht schön gemacht, er hat eigentlich, wie gesagt, das ist eigentlich ein Eigentor. Es trifft nicht die Trinität, es trifft den Tauhid, sondern seine wirkliche Eigenschaft. Die Rede Allahs hingegen ist selbstexistent, wird jetzt hier gesagt, also existiert von sich aus. Wer sagt, dass die Rede Allahs erschaffen ist, ist ein Ungläubiger in Bezug auf Allah. Also hat sich das 180 Grad gedreht, das Blatt. Den Erhabenen. Dem die Menschen dienen, der ewig derselbe ist, dessen Rede rezitiert oder geschrieben und im Herzen bewahrt wird, aber niemals von ihm getrennt ist. Also es ist niemals getrennt, es ist identisch, aber doch nicht er. Ja, und das heißt, sind identisch, jetzt habe ich das Falsche drinstehen, identisch, aber ewig, also es sind, Entschuldigung, da habe ich jetzt hier den falschen Kreis hingemacht. Das müsste der Kreis sein, wo die zusammengehören und trotzdem ewig sind. Die Mutter Zylitten lehnten den orthodoxen muslimischen Glauben an die Existenz ewiger Attribute als getrennte Identitäten, die im ewigen Wesen Gottes wohnen, entschieden ab. Der orthodoxe Glaube, so sagten sie, sei analog zum christlichen Glauben, an eine Pluralität von Ewigkeiten und sei wie der christliche Glaube eine Leugnung der Einheit Gottes und sogar götzentienerisch. Also die haben gesagt, es kann nicht sein, dass die Eigenschaften nicht identisch sind. Die müssen identisch sein. Die müssen identisch sein, weil ansonsten hätten wir eben mehrere. Die Rede Allahs muss identisch sein oder sie muss dazugekommen sein. Aber die Eigenschaften müssen, die Ewigkeit muss gleich Allah sein und so weiter. Sonst gäbe es mehrere Götter automatisch, mehrere göttliche Entitäten. Also nochmal, Logik Challenge und Zertatsch. Sind Allahs Eigenschaften er oder sind sie anders als er? Bebeantworte ohne logischen Widerspruch. Ohne logischen Widerspruch, den siehst du hier. Sie sind weder er, noch sind sie anders als er. Also E, Eigenschaften Allahs, nicht unterschieden von A, Allah. E, Eigenschaft Allahs, ist nicht identisch mit A. Alles, was nicht unterschieden ist, ist identisch. Und alles, was nicht identisch ist, ist unterschieden. Das ist ein logischer Widerspruch innerhalb der Formulierung des Tauhid. Liebe Muslime, ihr versucht, den Christen, was die Trinität angeht, einen logischen Widerspruch nachzuweisen, den es nicht gibt, weil es verschiedene Kategorien sind. Hier sind es exakt dieselben Kategorien mit entgegengesetzten Aussagen. Ein direkter, logischer Widerspruch. Und dann heißt es, er sagt über jemanden, der sagte, dass der Koran erschaffen wurde, er ist ein Ungläubiger, also tötet ihn. Er wird getötet und seine Reue wird nicht akzeptiert. Also, wenn du die falsche Lehre hast, schon allein, was den Koran angeht, als Eigenschaft Gottes jetzt, oder Eigenschaft Allahs, da steht, da sollten Leute getötet werden. Und deshalb zieht sich eine Blutspur durch die islamische Geschichte. Und nochmal eine klare Tauhid-Challenge. Klingt das alles nach einer einfachen, klaren, verständlichen, absolut einheitlichen Lehre, die es im Islam gibt? Klingt das alles nach dem starken Fundament, wo es ja gar kein Problem gibt? Ich frage mich, warum wurden Muslime getötet, für eine andere Meinung, hin und das andere mal wieder rückwärts und wieder hin und wieder her? Aber die Attribute, aber ob die Attribute etwas anderes oder mehr sind als das Wesen, all das sind Fragen, die für uns undurchdringlich sind. jenseits des Verstandes, den der menschliche Verstand erreichen kann. Dennoch stellt er klar, dass der Koran sich selbst als das Wort Gottes erkennt, das ewig zu seinem Wesen gehört. Eben, aber wie das alles funktionieren kann, und überhaupt, undurchdringlich, kann kein Mensch verstehen. Kein Mensch kann da eine Antwort finden, laut islamischen Gelehrten. Und deshalb wird auch gesagt, okay, denk mal einfach nicht mehr drüber nach. Es hat zu viel Blut gekostet. Da wurde hin und her die Leute, dann sagt man einfach Allah o allem. Allah weiß es. Aber es bleibt dabei, dass dieser eine Koran, der ja Allah selbst ist, haben wir es hier gerade gelesen, dass der gehört ewig zu seinem Wesen. Jetzt frage ich mal, dieses Wort Gottes, was der Koran angeblich ist, das ewig zu seinem Wesen gehört, Lest mal, was in den Haditen dazu steht. Rezitiert den Koran, denn am Tag der Auferstehung wird er als ein Fürsprecher für denjenigen kommen, diejenigen kommen, die ihn rezitieren. Also als Fürsprecher vor Allah. Jetzt kommt dieser Koran, diese ewige Rede Allahs, die identisch ist mit Allah, kommt vor Allah als ein Fürsprecher. Entschuldigung, jetzt hat sich Allah gerade aufgespalten. Rezitiere die beiden Hellen al-Bakara und Surah al-Imran. Jetzt haben wir schon zwei, zwei Fürsprecher. Denn am Tag der Auferstehung werden sie, zwei sind das, die Fürsprecher jetzt sind, wie zwei Wolken oder zwei Schatten oder zwei Vogelschwärme. Die haben ja noch viele Verse. Das heißt, jetzt haben wir zwei Schwärme in Reihen kommen und für diejenigen eintreten, die sie rezitieren. Jetzt haben wir Allah und zwei Schwärme von Versen, die Fürsprecher sind vor Allah, die aber, wie wir gerade gehört haben, ganz klar ewig zu seinem Wesen gehören. Jetzt habe ich einen schizophrenen Allah, der einmal aus dem Allah besteht, der Richter ist und einmal aus dem Allah besteht, der sich in zwei aufgeteilt hat und dann wieder in zwei Schwärme. Und ihr sagt, das ist alles ganz einfach, ganz klar und es gibt da keine Katastrophen? Liebe Muslime, schaltet mal euer Gehirn ein und denkt mal über eure Quellen überhaupt nach, denkt mal über den Tauhid nach und ihr werdet verzweifeln und irgendwann sagen, Allah weiss es, weil ihr es nicht wisst, weil ihr keine Antwort geben könnt. Auf das, was es da für massive Probleme gab und nochmal, seid auch vorsichtig. Die Probleme sind so stark und so groß, dass die eine Blutspur, dass die Frage nach dem Tauhid eine Blutspur durch die islamische Geschichte gezogen hat. Sie sind weder er, noch sind sie anders als er. Logischer Widerspruch. Deshalb die Eigenschaften-Challenge. Liebe Muslime, sind Allahs Eigenschaften identisch mit ihm oder unterschieden von ihm? Beides gleichzeitig geht nicht. Es ist ein direkter Widerspruch. Und eine Frage an dich persönlich. Welche dieser vier Tauhid-Katastrophen wählst du? Die fünfte Version von den Mutatiliten, die ist ja auch schon out. Die geht ja auch nicht mehr. Und deshalb möchte ich das nochmal angucken. Diese Frage, was ist Tauhid? Beziehungsweise ich will es mal umformulieren als ein Spiegel. Ich will mal sagen, wie ist Gott eins? Weil, weißt du, die Frage, ist die unberechtigt? Nein, das ist eine gute Frage. Weil diese Vielheit der Eigenschaften und trotzdem die Einheit Gottes, die kennen und bekennen Muslime und die kennen und bekennen Christen. Wie funktioniert das? Diese Frage ist gut. Und ich schätze es auch wert, lieber Seatat, dass du da eine biblische Wahrheit triffst, die du siehst. Du siehst, es gibt nur einen Gott. Und trotzdem haben wir viele Namen, wir haben viele Eigenschaften. Und diese Frage ist gut und ist biblisch. Und das Anliegen, was du hast, dass es einen Gott gibt, ist auch biblisch. Insofern, herzlichen Glückwunsch, du hast eine biblische Grundansicht getroffen. Die Frage ist jetzt aber nochmal, wie ist Gott eins? Diese Frage gibt es eben. Und das Fundament, was da wichtig zu verstehen ist, da habe ich euch jetzt schon einiges gezeigt, dass es eben im Koran und im Islam gar keinen Sinn macht. Und das ist, dass der Tauhid in einem logischen Widerspruch endet oder in vier Katastrophen, von denen du irgendeine wählen musst. Vier Katastrophen, die keiner will. Wenn man einfach mal nachdenkt. Aber es gibt eben tatsächlich nichts Neues unter der Sonne. Diese Fragen wurden sich auch früher schon gestellt. Und so wurde das eben früher aufgefasst. In den Dreien ist die, und zwar von Rabbinern, das hat man heute schon mal gesehen, von den Dreien ist die Harmonie der tiefste Ausdruck von Gottes Wahrheit. Also Harmonie. Denn ihr Echad einsein, Echad eben diese zusammengesetzte Einheit umfasst die polaren Phänomene der Singularität, also Eins, und Pluralität, also Vielfalt. Und drückt die Wahrheit aus, dass die göttliche Realität sich nicht auf eine der beiden Seinsweisen beschränken lässt. Also Gott ist nicht einfach nur Eins, weil er hat viele Eigenschaften. Aber Gott ist auch nicht viele, weil er ist eine Einheit. Und wie das Ganze ist, das sehen wir im Echad Einssein, in dieser zusammengesetzten Einheit. Und nochmal, das haben keine Trinitarier geschrieben, das haben Rabbiner geschrieben. Und auch Rabbiner haben diese Sätze geschrieben. Und als sie nachgedacht haben über das Schema Israel. O Höro Israel, der Herr, unser Herr, der Herr ist einer. Also ist alles Eins. Deshalb wird er Eins genannt. Dies sind drei Namen. Wie können sie Eins genannt werden? Nochmal, Rabbiner haben die Frage, und die Frage ist eine gute Frage, wenn es drei Namen sind. Wie kann es Eins sein? Auch wenn wir sie Eins nennen, wie können sie Eins sein? Wie können diese drei Eins sein? Wie können mehrere Namen Eins sein? Wie können drei Namen Eins sein? Wie können 99 Namen Eins sein? Egal, diese Frage ist eine gute Frage. So ist auch der Herr, unser Herr, der Herr Eins. Drei Aspekte, und sie sind Eins. Auch das nochmal. Geschrieben von Rabbinern, nicht von Trinitariern. Also doch schon von Trinitariern, aber von Trinitarischen Rabbinern. Im Zohar, ein Werk der jüdischen Mystik. Wie können mehrere Namen Eins sein? Und weißt du was? Gottes Antwort findest du in Gottes Wort. Ja, die Bibel lehrt den Gott, der wirklich anders ist. Und nur die Bibel lehrt einen Gott, dessen Wesen und Denken, unser Denken übersteigt, das aber in sich ohne logischen Widerspruch ist. Nur die Bibel beschreibt, wie Gottes Einheit und Vielheit, wie das vereint sein kann. Und das siehst du als ein Beispiel. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen, also einen Namen, ein Wesen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also es gibt dieses eine Wesen in drei Personen. Vater, Sohn und Geist. Und das ist das, wie die Bibel das zeigt, dass diese Vielheit trotzdem eine Einheit ist. Ob du das gut findest oder nicht. Zum einen lehrt es die Bibel und zum anderen ist es die Antwort, wie Gott Vielheit und Einheit vereinen kann. Der Islam macht Tauhid, der vereinigt es. Aber wie gesagt, jede Lösung, die der Tauhid bringt und in der Geschichte gebracht hat, endet in einer Katastrophe. weshalb die Gelehrten jetzt sagen, das übersteigt unser Denken, nicht weitermachen. Es gibt ein Denkverbot, was sich die islamischen Theologen gesetzt haben, weil sie wissen, egal wie wir es beantworten, es gibt ein Problem. Probier es doch mal. Geh doch mal zu deinem Imam und bohr nach, bohr nach, bohr nach, bis er dir eine Antwort gibt. Und durchdenk die Antwort und frag kritisch nach. Ja, aber dann haben wir mehrere ewige Wesenheiten. Ja, aber dann entspricht ja Gottes Wesen und Gottes Hand und Gottes Wort ist ja dann das Gleiche. Und, und, und. Oder sie bringen eben diesen logischen Widerspruch. Nein, es ist nicht identisch und es ist nicht anders. Hä? Es ist nicht unterschieden, es ist nicht gleich. Es ist ein direkter logischer Widerspruch in derselben Kategorie. Ja, und dann eben, dann spielen wir den Ball zurück und sehen, nee, sie sind weder, sind sie anders, weder sind, weder er, sie sind weder er, noch sind sie anders als er. Direkter, logischer Widerspruch. Und deshalb wähle, oder noch besser wähle, nicht eine von den vier Tauhid-Katastrophen, sondern wähle die biblische Antwort. Die Antwort, die Mose gegeben hat. Die Antwort, die im Erhat steht, im Schema Israel steht. Die Antwort, die Erhat widerspiegelt. Ja, also die Frage, was ist Tauhid? Kurz und knapp, Entschuldigung, dass es jetzt so durcheinander ist, der fünfte Punkt gar nicht richtig. Der Tauhid ist logisch, widersprüchlich und in der Konsequenz hochproblematisch. Lass mich das nochmal sagen. Der Tauhid ist logisch, widersprüchlich und in der Konsequenz hochproblematisch. Der Tauhid endet im Falle, man denkt nach, in einer von diesen vier Katastrophen. Der Tauhid ist alles andere als einfach. Wegen dieser gegensätzlichen Vorstellung des Tauhid haben sich Muslime immer wieder getötet. Es gibt eine Blutspur des Tauhid, weil dieses Problem eben so kompliziert ist. Und jetzt gibt es ein Denkverbot der Gelehrten. Jetzt gibt es ein Allahualem, mehr nicht. Nur die Bibel beschreibt, wie Gottes Einheit und Vielfalt vereint sein kann. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du da dran nicht glauben kannst. Ist auch, ja. Und dann kommt ihnen immer noch, ja, logischer Widerspruch hier, logischer Widerspruch da. Man könnte denken, die haben noch nie über ihre, entweder haben sie ihre Theologie nie bedacht oder nie Bücher drüber gelesen, was auch die schwierigen Aspekte da dran sind. Oder sie haben nie wirklich drüber nachgedacht, was es für Konsequenzen hat. Es gibt keine Lösung, die widerspruchsfrei logisch ist oder nicht in der theologischen Katastrophe endet. Es tut mir leid, liebe Juha Vares, es geht noch weiter mit Tauhid. Ist halt the logical problem with Tauhid, nicht Trinity. So sieht es aus. Und da müsste man vielleicht einfach nochmal einen Livestream machen, wo wir das zur Debatte stellen oder eine Debatte drüber machen mit jemandem, der ein bisschen Ahnung hat. Aber da hört es ja schon auf, wer hat denn in Deutschland wirklich Ahnung? Die, die sich so darstellen, als hätten sie Ahnung, die merken ja selbst nicht, wie widersprüchlich ihr Tauhid ist. Es ist einfach schwierig. Geht. 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 Comenurs Laneilisch. Vielen Dank.